Servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles 2 So, wir wollten eigentlich die Suche nach dem Golden Handschuh fortsetzen in Moor Aydin Und genau das machen wir doch jetzt mal Ich weiß nicht, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder eben nicht Aber ich wollte sowieso jetzt in den nächsten Folgen einfach mal so ein bisschen Nebenquests erledigen Weil ich einfach schon so viel offen habe Nicht, dass es dann mal irgendwann zu viel wird Jetzt schauen wir doch mal, ob wir hier durch können Ohne, dass wir hier angegriffen werden Wow, Welt hat viele wunderschöne Plätze in es Vielleicht resten und genießen Sie für ein bisschen Zutritt zum Ballast von Hardaik ist nur autorisierten Personen gestattet Ja super, schert euch weg Roger Okay, dann komme ich da also nicht weiter Wäre zu schön gewesen Ich glaube, das müsste genau hier unten sein Und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt hier weiterkomme, wenn das Wölkmeer so weit oben ist Ich weiß es nicht Okay, ich denke mal, wir Ich komme jetzt erstmal hier nicht weiter mit der Quest Muss ich warten, bis wir halt dann in das Gebiet mal kommen Lehen des Vergessens Okay, was haben wir sonst noch offen? Missionsbuch Anfang ist schwer Frische Farben Weg zur Hauptstadt Auf in die Lüfte könnten wir machen Aktivieren wir das mal Okay Und die Gormod wieder Mal schauen, wo das war Wüpfelfahrt Genau Dann gehen wir da mal hin Müsste mir eh schon richtig sein So, da ist er auch schon Haben Freunde alles, was für Reparatur nötig ist Hier, für dich Danke, Porn Wirklich nett Hab leider Geldbeutel nicht dabei Ja klar, wie die ganzen anderen paar Maler auch schon Belohnung kriegen Freunde dann in Agentum Fertig, sieht wieder Paletti aus Hui, nicht schlecht Panpan, so dankbar Freund verdiene mehr als nur Dankesworte Belohnung, Gold Für Satztelle bekommt Freunde dann in Agentum Also müssen wir nach Agentum zurück Roger Nunu, bald schon 40 Flugstunden erreicht Panpan muss noch voll nach Agentum Okay, also wieder Nach Agentum Wollen wir mal ins Flugdeck Mehr Mehr Long journeys make Dora tired What will we find? Nunu, wie geht's? Wie steht's? Nunu, oh, Freund ist da Freund von Pampan Happy gebracht und Vakuum Unkoren besiegt und Ersatzteile besorgt Hehehe Nur dank Freunden konnte Pampan alle 40 Flugstunden absolvieren Staunen Panpan hat endlich Fluglizenz Ist jetzt echter Nopon Pilot Freunde wollen Belohnung für Happy und Gold für Satzteile Ähm, also Pampan hat noch keine feste Einkünfte Bisschen Pleite Fluggastbildung war sehr teuer Bisschen Pleite Weiter, weiter Tora braucht mehr Infos Oh, jetzt Pampan plötzlich auch noch Panik gefühlt, dass Flugkünste schminden könnten Pampan darf auf keinen Fall außer Übung kommen Ja, Pampan muss sofort loslegen Tschüssi Boah Abwegs ist die Quest schon mal abgeschlossen Jakolos Gasthaus Ok, dann gehen wir mal ins Gasthaus Bisschen Pleite Poppy Power Lass Nopon zu Poppy Können sie denn eigentlich, ähm, Charaktere Okay, da haben wir noch was drin Dann warten wir noch ein bisschen Ah, jetzt bin ich doch falsch, das war doch hier oben, oder, zum übernachten Dort hinten war das, glaube ich Gasthaus Limur Ich weiß nicht, ob das auch recht Ich bin stronger than this, you know, much, much stronger Tora fühlt sich stronger Schauen wir mal, ob das recht Ich könnte jetzt wirklich nicht sagen, wo Jacoulos Gasthaus ist Did you have a restful sleep? Hm, nice catnap Okay, da sind wir noch mal schon Jakoulos Gasthaus Ich hab doch jetzt aber gar keine Quest Wo ist denn Jacoulos Gasthaus? Tschüss Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 vor allem weiß gar nicht was das jetzt für eine quest sein soll und dann kann es ja eigentlich nur noch gehen wir mal dahin die ladezeiten hier nicht so lange relativ schnell geht und schauen wie man die übernachten kann Okay, das ist die Hauptquist Okay Vielleicht die schon weitermachen? Eigentlich nicht Die können wir doch nicht machen. Dann machen wir mal den Kleinkrieg weiter. Dann machen wir mal den Kleinkrieg weiter. Jetzt muss ich schauen, was ich noch an Währungssachen habe. Was werden wir finden? Wenn ich eigentlich zum Markplatz reisen könnte, wäre ich besser gewesen. Wie eine Wandlungskonur bei den Adanischen Basen. Was ist das? Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 man ich würde sagen wir machen jetzt hier den Cut und ich probiere halt mal das weiter. Ich hoffe, dass ich die blöde Wandungskugel endlich dann bekomme. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde ich mich sehr freuen drüber. Genau, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi. Euer Andi.